Musik 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 Wir sind wieder da Ja, wir sind wieder da Und dein Mikroberstall Bäh Mauer Bist du besser? Ja, weiß ich nicht Diesmal aus meiner Sicht und wir springen natürlich wieder in die falsche Richtung Ah Das darf nicht wahr sein Äh Nein Alter, Junge Der Internet ist gerade irgendwie kaputt oder so Ja, irgendwie schon Weil Ich springe runter und bekomme erst 2 Sekunden später Schaden Komisch, komisch Das darf nicht wahr sein Ey Wieso kacke ich denn immer auf der Ecke jetzt ab, ne? Wo wir eine kleine Aufnahmepause gemacht haben Habe ich die Challenge einmal probiert Und habe sie beim ersten Mal geschafft bis da oben hin Mhm, mhm Deswegen Deswegen bauen wir jetzt da vorm Loch Genau hier vor Ja Dieser Sprung hier nervt wie du bist Nein Komm schon Ich schaff den Bomben im ersten Versuch Ja Merk merkt man gerade Aha Du machst da nichts Boah, willst du mich verarschen? Ich mach nichts kaputt, ich mach nichts Jetzt schaffst du uns gar nicht mehr Weiß Alter Wir cutten hier nicht Nein, machen wir auch nicht Das darf nicht wahr sein Boah, die Challenge ist so Baby, ey Wie hindi Kommt hier einen Sprung hier, ey Ich schaff den jetzt immer, ey Ey, viel krass, ey Ja, Mann Lass mal wieder Hand entlockern hier Ja, älter Boah, wie viel Lass das hast du ne? Hast du nie gesehen? Wirst du nie sehen Wieso sprintet ihr denn nicht? Mann Alter, das darf nicht wahr sein Boah, ohne Spaß, ne? Das da, alter, der sprintet nicht Willst du mich verarschen, du scheiß Minecraft-Püppchen, alter Boah Das darf nicht wahr sein Ich mach mal kurz was, ne? Na? Ich mach kurz nur was Ich hab denken müssen Ja 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 Ich hab denken müssen Ha?! Nicht fallen. Boah, Alter. Alter. Nein! Das darf nicht wahr sein. Ich bin schon wieder ganz unten bei dem Noob. Ich bin gegen den Noob, ja? Boah, Alter, wieso bin ich schon wieder zu doof in diesen Sprungen? Alter! Boah, mir tut davon immer die Hand weh, wenn ich den jedes Mal machen muss. Was? Deswegen mache ich gerade eine Pause. Alter, das darf nicht wahr sein. Wieso machst du eine ganze Pause? Mach ich immer irgendwas. Mach gar was. Mach gar was. Mach gar was schnell, wenn du hier nur rumstehst. Mach ich da sonst einen schwarzen Flecken. Alter, wie die einfach nur da rüber slidet. Ich hoffe, der kommt nicht auf so eine Idee, dass man irgendwie an einer Leiter langsleiden los und dann da irgendwie... Da oben? Das da? Das da oben? Nö, nö, das ist auch einfach. Du musst einfach bloß mit Shifter anspringen. Und das nicht... Und das einfach nicht mit Sprinnen, weil sonst du gegen die Decke springst und einfach runterfällst. Nein, du musst eigentlich nicht... Weißt du was, ne? Also langsam regt mich das auf. Irgendwie laufe ich nicht. Also ich laufe manchmal nicht. Oder ich springe nicht. Oder ich springe und laufe nicht. Ja, du hast schon wieder grottig schlechten Ping bei mir. Was? Alter, was macht mein Bruder oder whatever? Ja, keiner. Ja, man. Oh, meine Schwester. Ja, meine Schwester. Dein Sohn. Äh, wo muss ich hin? Da. Fuck it. Fuck it. Äh! Wow, nein! Ah, hier ist ja noch so ein Scheißsprung. Adi! Ich werde es verkacken. Lol! Ich werde es verkacken. Ja, der ist noch mal assi. Du musst einfach nur so in die Ecke springen. Andi, da? Du musst noch mal wieder unten so um die Ecke, von rechts nach links ziehen. Du musst ein bisschen rausspringen, sonst schaffst du sie nicht. Du musst mich verarschen. Der hat dann Abgang gemacht. Junge! Tja. Meine Hände waren schwitzig. Das zählt nicht. Ich will da wieder hoch. Ja, geht ganz einfach auch wieder hochlaufen, oder? Ich dachte springen. Alter, äh, mein Rücken, der läuft gerade. Alter! Da ist Wasser runter. Jawoll! Alter, ich darf das hier nicht nochmal versorgen wie beim letzten Mal. Nein! Da fällt jetzt auch noch eins tiefer als. Das darf nicht mehr anders. Jetzt bin ich wieder bei dem Noob da unten. Boah, Junge, wir sind nicht verarschen. Lass lecker. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Alter, meine Finger tun von diesem scheiß Sprung hier schon weh! Alter! Nein! Warum hört der dann einfach auf? Alter, nein, du kommst immer runter, wenn ich das abbaue! Hopps! 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 Du, die Challenger ist aber trotzdem einfach, ne? Bloß diese kacken... Weißt du, dass er dann manchmal nicht... Ja, der Anfang finde ich übel scheiße, ey! Ja, okay, aber... Ne, wie... Boah, Alter, ich muss erstmal ein bisschen hier... Mich kotzt das bloß an, dass der manchmal nicht sprintet. Oder nicht... Ja... Ja, oder nicht, ja? Ja... 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 Boah, weißt du, es geht schon wieder los! Das darf nicht wahr sein! Jedes Mal an der Ecke, ne? Ich weiß nicht, ich laufe ja schon ein bisschen links... Damit er nicht gegen die Wand läuft und dann aufhört zu springen, ja? Ah! Geis! Weißt du, wie lange wir jetzt noch aufhören? Keine Ahnung... Dann wird... Mh... 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 Ja... Was spring ich jetzt hier nach? Kann ich es jetzt schaffen... Wenn das wird das mit 10 Stunden Folge... Nein, Spaß, aber... Das darf nicht wahr sein... Alter, die Schelle... Martin... Was ist das hier? Äh... Was denn? Es war schon so... Alles kaputt, ey... War doch schon so, Mann, ey! Also unten schaffe ich den Sprung mal im zweiten oder dritten Mal... Ja, ne? Aber da oben... Ja, schaffe ich den dann manchmal auch sofort... Aber dann... Manchmal, dann weiß ich schon, dass ich runterfalle... Ja... Wir machen die Aufnahme noch und wenn nicht, dann überspringen wir hier... Sagen wir... Warte! Sagen wir, wir machen die... Noch zwei Minuten und dann überspringen wir so... Was macht den Unterschied? Du gehst viel besser! Du gehst viel besser! Leute, aber wirklich... Dann verkacke ich aber danach den Sprung... Nein, irgendwie nicht... Nein! Nein! Boah, das darf nicht wahr sein... Boah, wie der jedes Mal darüber glitschen tut! Glitschen fallen... Ja, so springst du einfach darüber... Ne, wenn er sich an der Leiter festhält... Bin ich da noch drauf gekommen? Loll! Jetzt springe ich mit Schiff, wie doof bin ich denn? Das darf nicht wahr sein, ey... Komm, ich mach mal hier Last Strike hier... Ja, und ich würde sagen... Was? Ne, ne... Last Strike hier mach ich... Wenn nicht, dann sehen wir uns in der nächsten Folge... Da oben wieder! Da oben dann... Wenn nicht... Okay... Ich habe keine Lust mehr auf die Challenge... Bis zum nächsten Mal... Ich auch nicht! Wir sehen uns dann da... Warte... Warte... War natürlich sehr schlau... Was denn? Alter, töte mich nicht, was... Okay, 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 okay... Ja, ja... Ich sollte nur sagen... Da oben sehen wir uns dann wieder... Okay, tschüss...